Wenn man sich den Chart anguckt, im 5-Minuten-Chart seit der Eröffnung in Amerika, seit 15.30 Uhr, das ist hier der Dow Jones, symbolisiert durch den entsprechenden Future, hat man den Eindruck, die Richtung ist relativ klar. Kann das mit irgendwas in Verbindung stehen? Natürlich kann es das. Wir hatten heute, wir können ja mal gucken auf den Kalender, wir hatten um 14.30 Uhr Daten, die sind durchaus wichtig eingeschätzt worden. Das sind die Einzelhandelsumsätze, Retail Sales in Amerika. Da ist sowohl die Kernrate als auch die allgemeine Zahl deutlich unter den Erwartungen geblieben. Wieso ist denn das jetzt vorteilhaft? Naja, das hat zwei Effekte. Wir sehen das hier, 0,5 war es zuvor, 0,5 wurde erwartet, 0,2 ist es ausgefallen, 0,3, 0,3 erwartet und 0,2 ist es ausgefallen. Was hat das für zwei Effekte? Natürlich kann man jetzt als Fundamentalist sagen, völlig nachvollziehbarerweise, naja, wenn die Umsätze niedrig sind, dann kann das einerseits daran liegen, dass die Preise, also niedriger sind, dass die Preise eben nicht mehr so hoch sind, weil die Preise eben ein bisschen gesunken sind, ist es so, dass natürlich auch der Umsatz entsprechend, der ja in Preisen gewichtet ist, ein bisschen niedriger ausfällt. Und es zeigt, dass offensichtlich, wenn die Nachfrage nicht so hoch ist, inflationärer Druck durch die Käuferseite, also die, die sagen, haben, 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 ich will noch mehr, die lässt natürlich nach. Und wir wissen, Inflation ist im Moment ein Thema. Muss die FED nochmal nachlegen mit der Zinserhöhung im September beispielsweise. Also für diesen Monat geht man ja davon aus, dass das auf jeden Fall stattfindet. Aber wie sieht das im weiteren Verlauf aus? Oder können wir vielleicht hoffen, dass das Ganze aufhört? Also fundamental gibt es durchaus einen, ja, einen positiven Hintergedanken. Jetzt ist noch die Frage, ob sie Marktteilnehmer auch so auffassen, denn die Logik ist zwar cool, nützt aber ja nichts, wenn die anderen Marktteilnehmer sagen, nö, Rüdiger, das fresse ich nicht, den Köder, den beiß ich nicht an, das geht mich nichts an, das sehe ich anders. Offensichtlich ist es aber so, dass in dem Fall die Marktteilnehmer diesen Köder wohl geschluckt haben. Wenn wir hier nämlich auf den Kurs gucken, dann sehen wir, dass es da eine ziemlich heftige Aufwärtsbewegung gab. So, ich will aber vorher, bevor wir uns das angucken, einmal ein bisschen zurückgehen in unseren Überlegungen. Und ich gehe mal historisch. Das war das, was wir gestern angesprochen haben. Ich möchte, dass ihr das ein bisschen nachvollzieht. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war sogar noch ein bisschen früher. Wir waren noch nicht so hoch. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber irgendwo waren wir da und haben gesagt, wir wissen nicht genau wann. Aber wenn nach diesem Anstieg, also nach einem starken Anstieg, ein Rücksetzer kommt, der Korrektiv ist. Wir wissen, Korrektiv ist entweder dreiwellig oder eben mit Kursüberschneidung, so wie wir das hier haben. Und dieser Rücksetzer klassischerweise vom tiefsten zum höchsten Punkt, das haben wir gestern mal angenommen. Wir wussten ja noch nicht, ob es der höchste Punkt ist. Aber von dort bis dort, wenn der Kurs in die blaue Kiste reinfällt, ich sage das immer so ein bisschen landläufig, 38, 20, 50, 61, 8, ungefähr. Und das in der korrektiven Art und Weise. Dann können wir uns merken, wenn der Kurs anschließend dieses Zwischenhoch, also das letzte Zwischenhoch quasi nochmal reißt, dann ist die Chance sehr groß, dass wir das, was wir vorne bekommen haben, das habe ich sogar noch zu kurz gemalt, hinten nochmal kommt. Also nochmal ein Anstieg. So, jetzt gucken wir mal, was passiert ist. Und dann seht ihr, da gab es ja noch bis da keinen Rücksetzer. Okay, also können wir gucken, jetzt geht es hier einen Rücksetzer. Tiefster Punkt, höchster Punkt. Und können wir gucken, geht der in die blaue Kiste? Ich habe das ehrlich gesagt noch gar nicht so gemacht. Ich habe natürlich den Verlauf, habe ich schon gesehen. Da mache ich euch nichts vor, aber ich habe es jetzt noch nicht so gemessen. Und dann sehen wir, ach nee, er ist noch gar nicht in die Kiste. Okay, also das ist noch nichts. Das ist noch nichts. Ah, hier ist jetzt ein Rücksetzer. Also ich hätte natürlich auch hier schon einen Rücksetzer zeichnen können, aber dann hätten wir dann auch gesehen, das ist noch nichts. Aber wenn wir das jetzt hier mal so ganz grob angucken, so diese Richtung, das ist ein starker Anstieg. Die blaue Kiste müssten wir erreichen. Und das korrektiv, dreiwellig oder mehrwellig mit Kursüberschneidung. Und dann sehen wir, das ist noch nicht korrektiv. Das ist ja ziemlich scharf. Also das würde da noch nicht taugen. Dann ging es ein bisschen hoch. Jetzt können wir mal überlegen, ist das eine Aufwärtsbewegung, die begeistert Verkäufe? Die sieht ja ihrerseits korrektiv aus. Man hat ja eher fast den Eindruck, dass das hier vorne die starke Bewegung ist. Das korrektiv. Jetzt könnte ich sogar hier die blaue Kiste auf der Gegenseite. Das spare ich mir jetzt. Ich möchte aber, dass ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt, damit ihr versteht, wie wir gucken. Also das heißt, wir haben bis dahin keine Ahnung. Aber jetzt bildet sich hier gerade was. Okay, jetzt sind wir hier. Also wir sind in der blauen Kiste. Auch da sind wir in der blauen Kiste. Und das ist hier etwas. Überlegt selber, wie vielwellig würdet ihr das einschätzen? Und was wäre wohl, wenn der Kurs anschließend da durchgeht? Das ist genau das mit ABC. Also starker Anstieg ABC und er geht da durch. Dann ist das die Erwartungshaltung, dass wir weiter nach oben gehen. In dem Fall ist es ein bisschen tricky, weil wir hier so eine komische Vorgeschichte haben. Da kann man sich ein wenig drüber streiten. Das war allerdings nachts. Deshalb ist das vielleicht nicht ganz so punktgenau. Also ihr seht hier 1.20 Uhr. Da sind auch die Amerikaner nicht mehr hauptsächlich im Markt unterwegs. Und dementsprechend ist vielleicht, dass man sagt, na gut, müssen wir nicht so genau nehmen. Aber das ist eine Unsicherheit, die wir haben. Aber immerhin starke Aufwärtsbewegung, klar korrektive Bewegung und die Erwartungshaltung, dass wir vorläufig auf dem Weg nach oben sind. So, insofern kam es ganz gut, dass dann tatsächlich jetzt auch die Nachrichten gut waren oder zumindest mal seit Börseneröffnung so aufgenommen wurden. Also das Tief war hier tatsächlich in der Nähe von 1430. Anschließend dann die Aufwärtsbewegung, also ein bisschen nach 1430 ist nochmal ganz kurz runtergegangen. Aber anschließend ist es nach oben. Das ist eine mögliche Triggermarke, zum Beispiel jetzt auf dieser kleinen Zeitebene mit einer Erwartungshaltung nach oben. Das merken wir uns jetzt mal. Und jetzt gucken wir uns mal an, was der Dow gemacht hat. Der Dow ist nämlich genau das. Wir hatten hier im Großen, haben wir das gesagt und dann hier diese Korrektur. Also es ist jetzt nicht, weil ich das vorhersagen konnte. Also bitte, bitte glaubt nicht, dass ich das vorhersagen kann, dass es so passiert. Aber was ich sehen kann ist, wenn ich eine Korrekturbewegung habe, die Korrekturbewegung in der Kiste ist, letzte Zwischenhoch reißt, dann gehe ich mal davon aus, geht es vorläufig weiter nach oben. So und jetzt haben wir ja wieder eine starke Aufwärtsbewegung. Was ich jetzt wiederum brauche, ist im Prinzip gemessen auf diese Aufwärtsbewegung. Ich habe es jetzt nicht millimetergenau unten erwischt, aber das ist nicht ganz so relevant. Es kommt ja nicht auf Millimeter an. In die Kiste. Er ist in der Kiste schon hier gewesen. Frage, ist das korrektiv? Ist es dreiwellig? Nee, viel zu steil. Für dreiwellig bräuchten wir irgendwie sowas. Irgendwie. Das kann auch anders aussehen. Das könnte auch theoretisch so aussehen. Aber es müsste ja irgendwie korrektiv sein, das Ganze. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir hier? Und dann sehen wir wieder steil abwärts korrektiv hoch. Ganz kurzfristige unter euch, die werden sich sagen, das ist doch ein ganz klassisches Bild gewesen für irgendwann noch mal runter. Und dann wären wir in der Kiste und dann wäre das Ganze dreiwellig. Also ihr seht, dieses Verfahren passiert immer wieder. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt man rein? Ich bin gerne immer ein bisschen spät dran. Ich bin immer gerne eigentlich an der Stelle, insbesondere wenn das die erste Welle ist, weil die dritte gleich lang ist. Zugegeben ist es nicht die erste Welle. Da waren wir ja schon hoch. Ich muss aber dazu sagen, diese Korrektur ist viel größer als diese Korrektur. Wem das nicht so 100% klar ist, der kann zum Beispiel mit Zeigefinger, Daumen einfach mal das machen und sagen, das war ja ungefähr die Höhe, die wir hier als Rücksetzer hatten. Und wenn ich das vergleiche, das war nur halb so groß. Es ist also denkbar, dass das die übergeordnete Bewegung und das eine untergeordnete Bewegung ist, trotzdem mit einer starken Aufwärtsbewegung. Für mich ist häufig das hier ein Trigger. Also das ist regelmäßig für mich ein Trigger. Es sei denn, das Chance-Risiko-Verhältnis ist nicht mehr gut genug. Naja, wir reden die ganze Zeit ja davon, dass wir eigentlich Richtung 38.000 unterwegs sind, solange die Aufwärtsseiten so stark sind, die Abwärtsseiten korrektiv. Und ihr erinnert euch, wie hier auf Tagesebene diese Tiefmarken nicht durchstoßen. 33.000 haben wir ganz lange gesprochen. Die wird immer weniger relevant, also immer weiter weg, also immer weniger relevant. Früher oder später werden wir diese Killer-Marke auch nachziehen können. Aber alles oberhalb ist bullisch. Ist immer noch Schub hoch, ABC. Ihr seht, das ist genau das gleiche Bild, auch hier. Das wackele ich runter. Also das, was wir gerade im 5-Minuten-Chart besprochen haben, das seht ihr hier auf Tagesebene genauso. Also nicht wundern, das ist hier oben das Tagesbasis. Hier ist das Tief der März. Das hier ist Intraday, das ist 14. Juli. Nicht, dass ihr jetzt sagt, naja, da hast du den gleichen Chart nochmal gezeichnet. Also nochmal, zack, große Korrektur, kleinerer Anstieg, kleine Korrektur, Fortsetzung. Das ist jetzt im 5-Minuten-Chart. Ganz anderer Startwert. Hier, wie gesagt, das ist März. Das ist hier 14. Juli. Das, diese Korrektur, korrespondiert mit der. Wir haben hier ja mal einen Einstieg programmiert. Das war hier etwas. Den habe ich nicht rechtzeitig, glaube ich, genannt. Bin ich nicht sicher. Weil ich ja nicht immer das Video dann mache, wenn das dann akut ist, im 5-Minuten-Chart. Das kann ich euch leider nicht liefern. Aber ich zeige euch ja immer, wo ihr das selber auch erkennt. Wenn ihr dann sagt, naja gut, ich gucke halt auch manchmal drauf, tagsüber, zweimal am Tag. Kann das selber auch umsetzen. Hier haben wir lang und breit darüber gesprochen, dass das hier ein Einstieg ist. Also das war jetzt keine große Überraschung. So, und dann kam der Anstieg. Das ist der Anstieg. Und dann kommt ein Rücksetzer. Dann kam der Rücksetzer. Und die nächste Erwartungshaltung ist, dass es weiter nach oben ist. Und hier habe ich euch die Zukunft vorenthalten. Es geht weiter nach oben. Also ihr seht, dieses Bild, das hatte irgendjemand neulich als Kommentar auch nochmal mitgegeben. Es spielt gar keine Rolle, auf welchen Zeitebenen ihr sucht. Denn die Möglichkeit, also wenn ihr jetzt langfristig unterwegs seid, dann sagt Rüdiger, dass wir in den 5 Minuten so schwach sind. Ja, kann man so sagen, muss man aber nicht unbedingt sagen. Wer auf 5-Minuten-Basis diese Muster sucht, findet sie ebenfalls. Das ist jetzt natürlich toller Zufall, dass es jetzt so starke Übereinstimmung hat. Das ist nicht immer so. Bitte geht nicht davon aus, ah okay, ich finde immer exakt das gleiche Bild. Nee, das natürlich nicht. Das Prinzip findet ihr auf allen möglichen Zeitebenen. Das findet ihr im Wochen- und Monatschart auf ganz lange Sicht. Das findet ihr auf Tagesebene, im Stundenchart, im 5-Minuten-Chart. Und wenn ihr es unbedingt drauf anlegt, seht ihr das natürlich auch hier sogar noch auf den ganz kleineren Ebenen, weil das Prinzip natürlich das gleiche ist. Und das ist das Spannende an der Geschichte. Und deshalb wiederhole ich diese Pattern. Es tut mir leid, dass das für viele natürlich auch langweilig ist, weil es ja immer das gleiche ist. Aber ich möchte, dass ihr irgendwann mal mit geschlossenen Augen auf den Schaden guckt, in Anführungsstrichen, nachts um 4 geweckt werdet und ihr drauf guckt und sagt, ja, kenne ich, habe ich schon mal gesehen, long. So, also zwei Möglichkeiten hier long zu gehen. Für uns ist regelmäßig das ein Long-Einstieg. Die andere Alternative ist hier, ihr erinnert euch an den Tesla-Trade, wo wir ziemlich auf der Marke reingekommen sind. Aber ihr erinnert euch auch, das will ich nicht verschweigen, an den, was war es, Nike-Trade, also den Sporthersteller. Da sind wir auch hier rein und konnten zwar das Risiko halbieren, aber der Markt wollte noch nicht so richtig. Dafür hatten wir hier so eine Wendekerze beispielsweise gehabt. Deutsche Bank wiederum, ein anderer Trade, über den wir mal gesprochen hatten. Oder den ich mal im Born for Trading vorgestellt habe. Ich muss auch mal wieder meinen Trade des Tages machen. Das muss ich unbedingt. Es ist gut, wenn ich jetzt mir selber den Druck da aufbaue. Also für diejenigen, die jetzt nicht im Born for Trading, aber hin und wieder dann doch mal so einen Trade mitnehmen wollen, muss ich das mal machen. Bei der Deutsche Bank scheint es im Moment ja wieder ein guter Einstieg auch hier gewesen zu sein, mit den Möglichkeiten eben möglichst eng und unten daran zu gehen. Und einige erinnern sich, wir hatten ja jetzt jüngst andere auch noch, Target zum Beispiel, um irgendeinen mal zu nennen. So, also insofern, dieses Verhaltensmuster zeigt eben Bullish und was soll ich euch jetzt sagen? Also für Verkaufen steht hier gar nichts null. Aber das war ja auch nicht anders zu erwarten, solange wir diese Marke, sprich die 33.000 nicht, also ein Rücksetzer hier hätte ich auch noch akzeptiert, aber darunter nicht mehr. Aber es musste ja nicht kommen und alle Anzeichen, die wir hier hatten, sind ja generell auf Long. Und gestern hatten wir noch darüber gesprochen, dass ich mir nicht so sicher war, weil ich gesagt habe, naja, es kann auch eine A, B, C werden. Richtig, aber dann hätte diese Abwärtsbewegung, sprich diese Abwärtsbewegung impulsiv werden müssen. Also sprich nicht in der blauen Kiste anhalten, sondern weiterlaufen müssen. Aber das hat sie nicht gemacht, sie hat hier getriggert. Also insofern ist so ein Einstieg hier irgendwie, ist mutig. Das machen wir nie irgendwie nur einfach so. Also wenn, dann muss das schon irgendwie Fibonacci-Cluster sein, müsste irgendwie eine Umkehrkerze sein oder sowas. Aber dieser Trigger, nachdem das korrektiv war, hat erstmal dieses Muster, das hatten wir gestern mal so besprochen. Also ich habe nicht gesagt, das kommt. Ich habe nur gesagt, das halte ich für absolut realistisch und eigentlich für das vorgezogen, also das wahrscheinlichere Szenario. Aber wer länger mit diesen Videos das schon anguckt, der weiß, ich gehe längst nicht davon aus, dass immer das wahrscheinliche Szenario passiert. Das ist nicht sehr smart, sondern ich gehe davon aus, dass das wahrscheinliche auf jeden Fall passieren kann. Aber dafür müsste es dann auch entsprechend irgendwie was in der Abwärtsseite triggern. Das heißt allerdings, ich kann nicht blind links auf long gehen. Nö, das kann ja nicht passieren. Also entweder hatten wir gesagt, stopp hier unten drunter, dann wäre das jetzt alles in Ordnung. Oder eben, ich handele auf einer kleineren Ebene, wo ich sagen kann, ja, die Idee stimmt, die ist auch stimmig, das passt auch. Aber sie materialisiert sich nicht. Die Marktteilnehmer planen gerade anders. So, ich komme nochmal zurück auf dem S&P, weil ich damit anzeigen will. Also da haben wir noch ein bisschen mehr Potenzial zur Verfügung. Ihr seht, also das Grundprinzip ist ja das gleiche wie beim DAO. Beim DAO ist jetzt ein bisschen unlauter, weil ich euch das im Nachhinein sozusagen erzähle. Das ist immer einfach. Aber es geht mir ja auch darum mit diesen Videos, dass ihr selber versteht, worauf wir gucken, was wir machen. Ja, theoretisch, dass ihr hier tatsächlich erwogen habt, dann gehe ich halt hier lang. Ich kann euch nicht sagen, ob der jetzt so geht oder kann auch jetzt gleich so umdrehen. Aber ich sehe, dass das Potenzial nach oben gegenüber einer Stopp-Variante, die ich hier fahren kann, mit von mir aus Stopp irgendwo hier schon so halbwegs nachgezogen, vielleicht sogar noch enger, aber ich bin immer unter ein bisschen, muss mir ein bisschen Luft lassen. Die Chance-Risiko-Verhältnisse, ich mache mal nur die Andeutung, das wäre ja ein möglicher Einstieg, das wäre ja ein mögliches Gewinnziel. Also wenn ich alleine dieses Chance-Risiko-Verhältnis mir angucke, dann muss ich sagen, ja, ich muss nicht immer richtig liegen. Es reicht, wenn ich 50-50-Trefferquote habe. Mal verliere ich 10 Euro, mal gewinne ich 50. Ja, 50 sind es nicht, das sind vielleicht viermal so viel. Kann das sein? Gucken wir mal schnell. Eins, zwei, drei, sagen wir mal dreieinhalb. Also mal verliere ich 10, dann gewinne ich wieder 35. Aha, nächstes Mal verliere ich wieder 10, dann gewinne ich wieder 35. Ja, und dann verliere ich wieder 10, dann gewinne ich wieder 35. Also ihr seht, die Trefferquote ist nicht so doll. Ich finde das aber ein Schicken-Trade. Da hätte ich den ganzen Tag zu Lust. Ja, zur Not kann man es ja auch mit 350 Gewinn machen und 100 Verlust. Also macht es in Abhängigkeit eurer Risikogrößen bitte. Ja, das ist ganz wichtig. Bitte nicht übertreiben im Sinne von, das kann ja gar nicht schief gehen, weil ich hole ja mit dem nächsten Trade das wieder rein. Es ist durchaus möglich statistisch, dass wir 3 mal 10 verlieren, bevor wir dann vielleicht 2 oder 6 mal oder 3 mal dann auch wieder diesen Gewinn hier holen. Ja, also rechnet damit, dass das auch hintereinander mehrmals negativ sein kann. Das passiert auch uns. Unsere Fähigkeit ist eben nicht, das vorherzusagen. Unsere Fähigkeit ist, machen wir es halt so, dass es ganz schlecht wahrscheinlich nicht ausgeht. Also ihr seht ganz gute Voraussetzungen weiterhin für Bullish, wer das jetzt hier verpasst hat. Ich bin kein Fan, jetzt dann noch einzusteigen, so von wegen, ah, wir sind doch noch in der Nähe, das passt. Warum nicht, wenn ich jetzt hier einsteige und ich nehme mal an, ich lasse den Stop da, wo er eigentlich sinnvoll ist, dann seht ihr, habe ich schon mein Chance-Risiko-Verhältnis verändert. Und wenn ich jetzt noch 50-50 Chance habe, dann macht der Trade nicht so viel Spaß. Dann sehe ich nämlich, guck mal, mal verliere ich 30 Euro und mal gewinne ich 35. Ja, ist vielleicht immer noch positiv, aber ihr seht schon, die Laune ist weniger attraktiv, hätte ich fast gesagt, die Idee. Ihr seht, dass diese kleine Verschiebung eine Menge verändert in der Geschichte. Vielen sind es nicht bewusst, ah, komm, kann ich auch jetzt noch mal, ist egal, jetzt habe ich es verpasst, mache ich halt jetzt noch. Das sind die entscheidenden Sachen fürs Traden, nicht die Vorhersage, sag mal, Rüdiger, passiert jetzt das oder passiert das? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Da kommt jetzt gleich irgendwie eine Nachricht über den Ticker und da fällt der Kurs wie ein Stein, das kann ich doch nicht vorhersehen. Das sagt auch nicht der Chart. Das, was der Chart sagt, ist, dass die Marktteilnehmer aktuell mehr Bock auf Kaufen haben. Und sie brauchen schon wirklich eine Klatsche, um zu sagen, nicht schließe ich halt die Position. Aber dann machen die das auch. Also wenn jetzt was ganz Blödes kommt, dann ist denen das egal, ob sie jetzt auf Kaufstimmung sind. Das Tolle ist aber, es muss was Blödes sein. Also was sehr Blödes. Was ein bisschen Blödes werden sie sagen, naja, komm, stell dich nicht so an. Das kann dazu führen, und das finde ich attraktiver, dass der Kurs bald wieder einen Rücksetzer macht. Und jetzt habt ihr vielleicht eine Ahnung, da sind wir genau in der Zeichnung von gestern, wo wir auch gesagt hatten, naja, wenn dann der Rücksetzer in die blaue Kiste, naja, und dann habt ihr hier die Fortsetzung. Und dann wisst ihr, wir sind im Großen, im Mittleren, im ganz Kleinen Bild, alles nach oben. Und wir sind ja sowieso im Bullischen Bild unterwegs. Da kann man dann entsprechend nochmal einsteigen. Nach wie vor also Bullisch. Ich bin kein Freund davon, jetzt einfach auf diese Niveaus einzusteigen. Das habe ich, glaube ich, relativ klar gemacht. Wartet auf den Rücksetzer. Das ist mir allemal lieber. Wie sieht es beim Nasdaq aus? Wenn wir mal ebenfalls gucken, der Anstieg war ebenfalls relativ stark. Der Rücksetzer, der sieht im Moment dreiwellig aus. Der wird nicht dreiwellig, wenn er nach unten weg geht. Aber spätestens, wenn er da drüber geht, ist es ein Dreiweller. Ja, also dann sieht es sehr danach aus. Und dann müssen wir noch gucken, ist die Größenordnung in Ordnung, wenn wir das mal so ganz grob einschätzen. Wir müssen dreiwellig gerne in die blaue Kiste. Da oben war noch nicht so richtig dreiwellig. Das ist ja kein echtes ABC-Verhalten. Jetzt können wir aber sagen, okay, es passt, ist auf der Unterseite. Normal zeichne ich so. Ein bisschen raus, aber man kann sagen, der gute Wille zählt noch. Aber da muss er jetzt auch irgendwie was zeigen hier im 5-Minuten-Chart. Und entweder hier oben, das ist ein bisschen arg weit weg. Wenn ich Intraday gucke, dann sage ich mir, vielleicht finde ich ja auch sowas hier. Dann kann ich auf der kleineren Ebene das nochmal machen. Dann muss ich nicht hier einsteigen, sondern kann ich auf der kleineren Ebene. Ja, wem das alles zu hibbelig ist, wer sagt, oh, Rüdiger, 5-Minuten-Chart. Kein Thema. Merkt euch einfach, der Markt ist generell noch in der bullischen Stimmung. Rücksetzer kann es immer geben. Wenn die Rücksetzer ähnlich groß sind wie Rücksetzer, die wir vorher haben, macht euch nicht nervös. Das heißt, wenn ihr einen Stop-Trailen wollt, nehmt Abstände, die in dieser Größenordnung sind. Alles, was größer ist, das ist dann schon sehr weit weg. Aber ihr könnt zum Beispiel, könnt ihr sagen, der letzte größere Rücksetzer beim Nasdaq. Ich mache es mal groß, dann könnt ihr das besser erkennen. Der letzte größere Rücksetzer beim Nasdaq war der. Wenn ich den mal hier anlege, müsste ich dann natürlich auch richtig klicken. Dann sieht das auch gleich besser aus. Zack, aktuell ist der höchste Punkt hier. Und dann sehe ich, wenn ich eine Korrektur wie diese bekomme, dann weiß ich, die würde ungefähr bis hier hingehen. Will ich die überleben, brauche ich einen Stop, der ein bisschen tiefer ist. Vielleicht 14.300 oder so was in der Richtung. Das ist weit weg. Das muss man mögen. Aber damit bleibe ich im langfristigen Bild auf der bullischen Seite. Im Sinne vielleicht von das Pause, kleine Pause, kleine Pause, zack, große Pause. Die muss nicht jetzt sofort kommen. Das ist jetzt nicht die Ansage, das kommt jetzt als nächstes. Nur wenn es jetzt doof ist, nehmen wir mal, es kommt gleich eine blöde Nachricht und der Kurs verliert mal ein paar hundert Punkte. Dann wissen die langweiligen Händler, und das meine ich gar nicht böse, sondern die auf Langeweile handeln hier, also auf lange Dauer. Dann wissen die, na gut, bis dahin muss ich halt mit rechnen. Was nützt das? Da kann ich ja nichts gegen tun. Also, wem das zu weit weg ist, der weiß, ja gut, ich brauche auf kleinerer Ebene. Der guckt dann vielleicht im Stundenschart, wie lange waren da die letzten Rücksetzer und kann mich entsprechend stoppmäßig daran orientieren. So, gucken wir zum Abschluss auf den DAX nochmal. Und da hatte ich ja gestern so ein bisschen provokant die Angebotswoche ausgerufen. Tatsächlich sind wir im Moment ja noch auf einem relativ schwachen Move unterwegs. Wenn wir das hier so gucken, oder selbst hier jetzt so auf dem Intraday-Bereich, wir sind hier dreiwellig, mehr oder weniger. Oder würdet ihr sagen, ist das die Bewegung? Egal, beides ist korrektiv. Allerdings, beides reicht auch noch nicht da rein. Jetzt weiß ich, dass wir beim DAO trotzdem Anstieg hatten. Hier sieht es aber nicht so deutlich aus, weil auch hier der Anstieg bis dahin dreiwellig ist. Oder wenn ihr sagt, ne, der ist doch nicht dreiwellig, aber dann ist er wieder überlappend. Das heißt, im Moment gefällt mir dieses Bild weitaus weniger. Allerdings gibt es eine Geschichte, die muss man mit berücksichtigen. Da sind wieder die Profis gefragt. Erster Impuls vielleicht bis da korrektiv runter. Theoretisch müssten wir es dann so mal korrektiv runter, korrektiv hoch und danach nochmal irgendwie runter. Als Seitwärtskorrektur und jetzt in der nächsten Aufwärtsbewegung. Aber ihr seht schon, da müssen wir ganz schön Kurven fliegen und einige verstehen jetzt überhaupt nicht, warum hast du es denn so gezeichnet, wäre ich nicht drauf gekommen. Richtig, viele andere eben auch nicht. Und deshalb bin ich bei sowas immer sehr vorsichtig. Wenn das derjenige sieht, der sich professionell mit den Elliot auseinandergesetzt hat, dann der so, sieh ich doch. Und aber alle anderen nicht, dann bin ich da immer sehr vorsichtig, weil alle anderen kaufen vielleicht, weil sie sagen, habe ich nicht verstanden. Oder beziehungsweise, klar, kaufen in dem Fall. So, also insofern bin ich da noch ein bisschen vorsichtig. Beim DAX kann ich mir sehr gut das nochmal vorstellen, weil, das ist gleiche Argumentation, ich eigentlich davon ausgehe, dass es nochmal tiefer geht. Dann hätten wir übrigens wieder A, B, C und hätten wieder einen wunderschönen Long-Einstieg. Ob es wirklich nochmal tiefer geht, weiß ich nicht. Alle Long-Positionen im Übergeordneten bleiben eh. Da haben wir die Marken lange noch diskutiert, wo die Stops liegen. Das müssen wir nicht jetzt heute nochmal machen, die Videos kennt ihr. Und im Kürzerfristigen, wenn er sagt, ich will es aber nicht wie beim DAO vielleicht verpassen, weil ich dieses Blöde mit dem Seitwärts, das habe ich nie verstanden und warum er nochmal in die Box rein muss, dann wartet wenigstens, bis er meine Korrektur nach unten macht und steigt dann erst ein. Ja, also bitte nicht jetzt einfach, oh, jetzt sind wir halt hier oben und mit toller Dynamik hoch. Natürlich kann es sein, dass ihr hier einsteigt und der Kurs weiterläuft. Das Problem ist, ich habe es ganz häufig besprochen, das will ich heute nicht nochmal erklären, dann muss der Stop sinnvollerweise wahrscheinlich, je nachdem welche Strategie ihr verfolgt, weit weg sein. Denn ihr müsst entweder damit rechnen, dass ihr halt jederzeit mal so einen Rücksetzer macht. Da wollt ihr nicht ja dauernd ausgestoppt werden. Und die Gefahr besteht, dass natürlich nach so einer Kiste jetzt tatsächlich das passiert. Das heißt, ihr habt an einem ungünstigen Zeitpunkt, wenn ihr da einsteigt, die Möglichkeit jetzt da reinzugehen. Da bin ich kein großer Freund davon. Wenn ich unbedingt rein will, dann warte ich zumindest, bis wir wieder irgendwie korrektiv nach unten gehen. Und dann kann man immer noch sagen, komm, jetzt versuche ich es wenigstens mal, weil die Abwärtsseite wieder die schwache ist. Also beim DAX, ich muss ganz ehrlich sagen, ich präferiere nach wie vor das Bild. Wir haben aber heute gesehen, dass beim DAO, da habe ich das auch präferiert, dass nicht das Präferierte immer passieren muss. Das kennen wir aus anderen Lebensbereichen leider auch, dass nicht immer das passiert, was ich präferiere. Heißt allerdings, ich kann nicht sagen, nee, das abwege ich, das kann ja nicht passieren. Natürlich kann das passieren. Es wäre noch ein normales Verlaufsverhalten. Also insofern da nicht zu leichtgläubig sein, komm, das ist alles theoretisch noch machbar, dass der Kurs da mal runter geht. Würde sich auch nicht mit den Amerikanern beißen. Wenn ihr jetzt schon einsteigen wollt, also mit neuen Positionen wartet auf was Wackeliges, wer schon long ist, alles weiter so machen. Wir haben uns überlegt, wo sinnvolle Stop-Marken sind. Das sind gute Orientierungspunkte. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr das Ganze zu euren Gunsten richtig schön umsetzen könnt und dass ihr eine Menge Spaß habt an den Märkten aktuell. Ich drücke euch die Daumen. Alles Gute und liebe Grüße.